Möcht ihr alle? Oder ihr da hinten? Aha, wer wollt denn du? Hier Schleicher, brauchst du was? Er braucht nichts mehr. Freund, ein 8. Empfeilen ins Hirn. Aha, in die Höhle oder wie? Die Gletscherspolte. Die Gletscherspolte. Ein Laufgeschenk ist ja meint noch nicht. Obwohl wir schon zwei Drauchen weg hatten. Troll, geh mal doch. Hilf, wo's misst. Ein Lauf, der springt nimmer. Und wer hat dies? Und wer genau sieht denn ich? Uuussch! Aaaaah! Beide ab, um bloß den Hobin! Mit, Geist, hau zu! Wo sind sie rennen? Hey, die ist sauer, die ist tot! wäre besser dann auch so 40 ist er das? ist er aber hallo Moment mit dem Schwert geht es ein bisschen besser Willkas, auf geht's der Berg ruft aber wir kommen hier rum Will scheine aus vom Gewicht ja geht noch wobei meine Hauke wäre noch dabei ne schreien wo ist der? bitte eine Weine volle was passiert? aha, das passiert der Willkas ist eine harte Sau geht er, der juckt es nicht trifft er gerade immer mich nein was ist das nein? kommt der Riesenkäfer der Schnitter der Schnitter der schlug den Schnitter hier schaut er dumm der Schnitter 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 ab damit zu erwaschen dann hat ihn von den socken oh god schau dir so da drunten wir nicht wollen oder damit bruder grüßt mir die sonne wo das russer wo waren die jetzt aber kein meister schuss da habe ich gerade ein gekonntes aufgerüstet wird mir zeit wurden Jetzt sind wir in der Stufe 47, oder? Da nehmen wir halt. Nehmen wir die Ausdauer. Alchemie 38. Rüstung sind wir bei 105. Was geht denn da noch? 3 von 5 rum. Passt genau. Er fordert 100. 88 rum. Warum steht da noch 5? Geht das dann? Geht da nicht. Meine Schießkunde ist bei 99. Da sind wir bei 100. Lämmnerschlag. Wohinmal. Meiner Meinung nach kann ich das nicht schon, oder? Habe ich gespeichert? Brüder, ab damit. Also es geht immer noch ruhig hinaus, gell? Kämme den Ziel näher schon, oder? Geht damit nicht mit der Ausdauer. Und jetzt sind wir da hinten, jawohl. Boom. Der Weg passt. Bleibt wachsam. Ja, durchgebe ich da wieder, du. Ja, tück den Boden. Wir schießen schlechter. Er, oder? Alter, ein Lopperl. Wo soll die sein? Chevin, tu die Messer. Es wird euch eine Lehre sein. So, es wimmelt auf einem Feinden. Lob ich mir. Ja, folg mir. Ich bin gekommen, um zu schlachten. Ich bin der Profischlachter aus Bayern. Brüster. Mal gehen, was ihr könnt. Pass auf, breit mir nicht heilung. Mordi, warte mir. Mein Schädel, wo in dies? Nein, Mann. Thomas. Guck mich, ich hab' einen anderen Front. Der Lästige, der wird. Er hat nicht die Frage, oh Gott. Ja, wo geht denn du? Was? Gehen wir uns doch wieder rauschen. Bumm! Deine Kräfte! Wobei, ich bin gleich dort. Gut. ein altes falmer buch aha bernstein ein elfenbogen brauche ich den jenig oder also du grüßt mir die saftige mir der viel ich glaube nicht dass der schreie umgelegt. Vorsicht, Steine! Der Blätten, achso. Der Gewe hat sich unter Schlungen. Die Bumme schaut gut aus. Schrei einfach raus, das würde ich sagen. Quecksilber. Da ist er. Das ist ein Modalit, Nick. Alter, Bruder, mir reicht es jetzt. Mit deiner Schreine. Obens haben sie einen Dusche. In einem riesigen Ballast. Moment. Nein, bloß nicht. Der fünfte Teil und dann bin ich fort. Verschaffen dir Zugang zum Allerheiligsten. Wo ist das Allerheiligste? Nicht da vorn. Ich glaube, ich würde gerne in Pause hauen. Da heim auf der Insel habe ich so etwas nie gesehen. Kämen wir wieder ein, ne? Oh, ich tue hier. Ist das Aureil? Dies ist eine Stator von Aureil. Entschuldige. Hab ich gerufen. Das ist ein Zeichen seiner Macht. Dieser Tempel muss uralt sein. Der Bogen muss hier drin sein. Warte, da schützt ihr die Suppe rein, oder wie? Machen wir. Der Erzkurator. Wo ist denn jeder da drin, oder was? Das läuft die Suppe rein. Und Sesam öffnet sich. Hätte ich gesagt. Sesam, geh auf. Sirena, möchtest du was? Möchtest du beide was? Also, Bumme, bin ich. Aber, bevor wir wieder weitermachen, legen wir da in Pause hauen. Und beim nächsten Mal geht er genau da weiter. Bis dann. Und sieh was.